... erfreuen sich bei den Menschen steigender Beliebtheit. Die Nachfrage nach einem Streckennetzausbau steigt ständig. Die Bewohner von Sunkis haben mich gebeten, sie an unser Streckennetz anzubinden. Hier ist es toll. Ich liebe den Blick auf den Damm. Vielleicht wandere ich sogar eines Tages mal hier rauf. Ja, das werde ich ganz bestimmt. Das hier sollte für viel mehr Leute zugänglich gemacht werden. Für mein Team wäre es auch gut, wenn es eine schnelle Anbindung hierher gäbe. Das würde unsere Prozesse um etwa 43 Prozent beschleunigen. ... ... ... ... ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020